Wie sind Sie an der Security vorbeigekommen? Ich kam über hinten rein. Hintertüren gibt es nicht im Palm Royale. Ich habe auch keine Tür erwähnt. Ich war erst seit zwei Wochen in Palm Beach. Wir kennen Sie nicht. Ich bin Maxine Delacourt. Aber ich wusste bereits, dass das Palm Royale der exklusivste Club der Welt der Ort war, an den ich gehörte. Adelaide, du hast die führende Rolle in Palm Beach. Ich mag dich nicht, Maxine. Du sorgst wirklich gut dafür, dass das hier seltsam wird. Ich interessiere mich einfach nicht für die Großtaten oberflächlicher Müll. Was trägt Evelyn für ein Kleid? Äh, Evelyn? Wissen Sie eigentlich irgendwas über reiche Leute? Ich parke auf dem Rasen. Robert? Spielen wir Doktor? Arbeiten Sie, Maxine? Nein. Und wollen Sie arbeiten? Nein. Du willst das wirklich? Mehr als alles, was ich jemals hätte haben wollen. Ich hätte gern ein paar Fotos. Maxine, du hast die Titelgeschichte. Ich sehe uns alle als eine Schwesternschaft. Ich erzähle Ihnen jetzt mal was über das Palm Royale. Es ist ein Albtraum. Und das ist Ihre Schuld. Unterschätzen Sie niemals eine Delacourt? Gewiss nicht. Palm Beach ist nur ein Hütchenspiel. Jeder hat ein Geheimnis. Schön brav bleiben. Du benötigst kein Vermögen, weil die Erpressungen hier stehen. Sieh an, vielleicht die Hälfte. Was? In des Teufels Großmutters Namen ist ja eigentlich los. Lass uns fliegen. Du bist mit dem Kopf unter Wasser und du merkst es gar nicht. Ich bin nie mit dem Kopf unter Wasser. Das würde ich meinem Friseur niemals zumuten können. Touché. In Palm Beach ist ein Geheimnis wie eine geladene Waffe. Man wusste nie, wann sie losgehen oder wen sie treffen würde. Ladies! Oh ja, ihr seid überrascht, dass ich lebe. Ihr hattet ja vor, mich sterben zu lassen. Da wird ein Geheimnis wie ein Geheimnis wie ein Geheimnis wie ein Geheimnis.